Hallihallo Leute, willkommen zu einer neuen schlumpfigen Minecraft Mystery Folge mit dem Gagamehl im Hintergrund. Ja, ihr habt es in der letzten Folge gesehen, ich habe es geschafft, ich habe diesen XXXXL Gagamehl gebaut und ich habe auch schon die ersten Reaktionen gesehen. Der Kroko war online und hat sich, ich würde sagen, ziemlich erschreckt und gewundert, was das Ganze auf sich hat. Ich glaube, der hat in der Folge gar nicht gecheckt, dass ich das Ganze aufgebaut und durchgeführt habe. Ich glaube, da müssen wir eben nachher im Verlauf der Folge noch eine Nachricht da lassen. Als ich Krokos Folge gesehen habe, war ich ziemlich schockiert, muss ich sagen, denn, jetzt müssen wir uns mal tief in die Augen schauen dafür und dem Gagamehl auch, der Kroko hatte überlegt, ob er den Gagamehl einfach abfackeln soll. Ich habe echt einen riesen, riesen Herzinfarkt bekommen, als ich das irgendwie in seinem Folgentitel gelesen habe und er meinte auch, ja, dann fackel ich den einfach ab. Da war ich ziemlich schockiert und ich hoffe nicht, dass er das tut. Ich muss ihm gleich eine Nachricht da lassen. Bevor wir das aber tun, habe ich noch eine kleine Aufgabe und zwar habe ich die in der letzten Folge nicht mehr geschafft. Ich war viel zu K.O., das ganze Teil hat auch viel zu lange gedauert zu bauen und ich muss hingehen und das Ganze noch Spawnproof machen. Ihr seht es hier mit der Mod, es können überall noch Monster drauf spawnen. Das würde ich gerne verhindern. Ich hatte erst überlegt, ob ich hier hinter mit Fackel so eine Beleuchtung machen soll, spare ich mir. Ich gehe jetzt einfach hin, setze überall kurz Teppiche drauf, dann spawnt hier auch kein Monster mehr. Und schon ist der letzte Teppich gesetzt und der Gagamehl sollte monster-sicher sein, also für euch, Freunden. Ihr solltet hier nicht mal hier drauf spawnen können und alles sollte jetzt hier zumindest erstmal ein wenig sicherer sein. Viele von euch hatten tatsächlich die Angst geäußert, dass der Kroko das hier abfackelt. Ich hatte aber nochmal genau überlegt und geschaut, es ist tatsächlich so, dass wir hier Firetick in Mystery aushaben. Ihr habt es vielleicht in der Höhle gesehen, theoretisch müsste da viel Holz brennen, tut es nicht. Das heißt, so einfach anzünden kann man es nicht und ihr braucht natürlich auch keine Angst haben, dass hier ein Blitz einschlägt und den Gagamehl irgendwie abfackelt. Das sollte eigentlich alles nicht passieren können, außer Kroko ist irgendwie mutwillig böse, was ich nicht hoffe. Ich möchte, dass es noch ein bisschen stehen bleibt. Und dann sollte der Gagamehl auch eine ganze Weile hier in der Welt überleben können. Ich habe jetzt einfach mal ein kleines Buch vorbereitet, was ich dem Kroko, glaube ich, besser vor die Tür stelle. Da sieht er das am ehesten. Das Buch ist ganz einfach und popelig und heißt Gagamehl lebt. Da drin steht nicht viel. Liebes Krokodil, mir kam zu Ohren, dass du meinen kleinen Gagamehl abfackeln möchtest. Ich bitte dich, den lieben in Anführungszeichen Gagamehl noch ein Weilchen stehen zu lassen. Verschwindet der Gagamehl, bekommst du eins auf die Krokusnuss gezeichnet Papaschlumpf. Ich glaube, das sollte klar sein. Mein Ziel ist, dass es mindestens, mindestens, mindestens noch der Kalimero sieht. Wenn ihr die Folge sieht, die jetzt hier rauskommt, ist er, wenn ich mich nicht vertue, eins, zwei, drei, noch eine gute Woche im Urlaub, dann sollte er wieder da sein. Also wenn ihr die Folge seht, in einer Woche danach ist er wieder da. Und ich möchte, dass er das auch noch hier mitbekommt. Ach ja, eine Frage habe ich an euch. Habt ihr mitbekommen, ob dem Kroko überhaupt hier der pinke Pilz aufgefallen ist? Ich habe, glaube ich, zwei oder drei Folgen jetzt gesehen, wo der Kroko sozusagen wieder da war nach seinem Urlaub und auch hier in der Base aufgenommen hat. Und der hat einfach nichts, nicht ein einziges Sterbenwörtchen, hat er hier zu dem pinken Pilz gesagt. Ich bin ziemlich, ziemlich geschockt und irritiert, dass der Kroko dazu gar nichts gesagt hat. Ich habe gedacht, das pinke Wunder, in Anführungszeichen, fällt auf jeden Fall auf oder hier die Schlumpfine fällt auf. Aber wie gesagt, er hat absolut gar nichts dazu geschrieben. Ich bin sehr, sehr, sehr schockiert. Der Kroko war scheinbar auch aktiv. Ich glaube, der Schornstein war vorher nicht da. Der gehört ja eigentlich zu den klassischen Schlumpfhäusern, wenn man das so sagen möchte. Der hat anscheinend hier weitergebaut. Ja, sehr cool, sehr cool. Wir können mal hier reinschauen auf das Ständchen, was ihr da unten gesehen habt, war ich auch immer noch. Und, äh, joa, das sieht mal cool aus. Ganz, ganz viel von diesen Azalea-Leafs oder wie auch immer man die ausspricht. Einen kleinen Whirlpool. Ja, ich glaube, klein kann man dazu gar nicht mehr sagen. Was hat er noch am Start? Einen schönen Kamin mit einem hochflorigen Teppich. Sehr nett, sehr nett. Seine Assassin's Creed Absprungzentrale. Das Schlafzimmer. Klein, aber fein. Und hier vorne noch ein Arbeitszimmer. Ah, das sieht richtig cool aus mit den unsichtbaren Itemframes. Gefällt mir wirklich gut. Auch hier die kleine Schatzkammer oder was immer das sein soll. Good job, Kroko. Richtig, richtig cool geworden. Und jetzt, Leute, ich hab's euch ja noch nicht am Anfang verraten, erwartet euch ein ganz besonderer Überraschungsgast. Ihr könnt euch vielleicht denken, wer, und ich würde sagen, den begrüßen wir jetzt mal. Josef, ich hab eine Überraschung für dich. Du weißt noch nicht, worum es geht, ne? Nee, keine Ahnung. Ich hab nur gesagt, ich soll reinkommen in die Welt und da bin ich. Sehr gut. Möchtest du nochmal die Musik abspielen? Weil ich hab sie noch nicht gehört in der Gänze. Ich hab's noch gar nicht gehört. Ich hatte den ersten Tag gehört, als Calimero alleine war, aber als du dabei warst noch nicht. Ah, da kann man ja direkt mitwippen mit dem Takt. Ah, okay. Schon cool. Süß, was? Ja, ja. Aber das ist ein Drittel vom ganzen Song. Wir machen weiter mit Calimero. Was ist mit dem großen Teil? Äh, okay. Ne? Okay. Okay, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Josef, jetzt kommen wir mit. Jetzt kommen wir mit. Es gibt, es hat sich anscheinend so eine, ja, nicht so oft hängenbleiben. Es hat sich ja scheinbar so eine Tradition hier im Mystery eingebürgert. Und da will ich dich natürlich auch dran teilhaben lassen. Oh je. Oh je, okay. Oh je. Erstmal werden die Schlümpfe grad von Gargamel überfallen. Nein! Ich seh's grad. Oha! Der ist cool geworden, ne? Boah, wer hat den gemacht? Ich hätte den gemacht in der letzten Folge. Wahnsinn. Das war richtig, richtig spaßig, das im Survivalen-Modus so ein Pixel-Art zu machen. Alter. Aber er ist sehr detailgetreu. Sehr, sehr gutes Pixel-Art. Ja, ja, ja. Würde ich auf jeden Fall auch sagen. Aber darum geht's gar nicht. Darum geht's gar nicht. Josef, also, hast du diese Pilze hier gesehen? Diese braunen Stinkmorcheln nennt sich das. Den gibt's auch wirklich scheinbar. Ist das nicht so ein ... Ja, ja, also, ja, okay. Ähm, da wohnt der Basti drinne. Und die Tradition ist so ein bisschen, dass die Leute, die uns hier in Mystery mehr oder weniger regelmäßig besuchen, dazu zähl ich dich jetzt einfach mal, äh, ein Heuschen kriegen. Was? Was? Okay. Und ich hab die letzten, ich glaube, ah, mehrere Streams und mehrere Folgen damit verbracht, für dich was vorzubereiten. Und zwar ... Alter, ich hab nichts mitgekriegt. Ja, ja, natürlich, das ist der Plan. Ich hab ab und zu mal deine Streams reingelotzt, weil ich dachte so, ja, ja, das ist wieder live. Ja, kunterbunt gemischt alles. Also, ich hab dir ein Haus gebaut. Äh, hier, hier, hier vorne. Leider, leider, leider ist der Pilzkopf schon abgefallen und das verfault so ein bisschen. Danke. Bitte. Es ist ja wahre Liebe hier. Kannst du mal ein Stück zurückgehen? So, oha, ja. Und da wohnst du hier. Zum mystischen Wald 42 ist deine Adresse. Also, 42 ist nur zu ... Ja, das gefällt mir richtig gut. Die haust du mal gerade da. Und du kannst mal kurz mit dir rüberschwimmen. Dann kann ich dir mal zeigen, hier von der Seite, wie dein verrotteter Pilz aussieht. Schön oben abgebrochen, die Kappe liegt so ... Ja, man sieht's richtig schön, die Verwucherung, so, wie sie dargestellt worden ist. Es passt so. Ja. Ja. Ich hab gedacht, für so einen Redstone-Professor, Profi, wie auch immer man's nennen möchte ... Ja, die fliegen ihr Heim nicht so sehr, ne? Genau, ist so ein verrücktes, verfallenes Heim ganz gut. Und ich würd sagen, du kannst es einfach mal betreten. Ich hab das wirklich versucht, mithilfe der Zuschauer, die auch geniale Ideen hatten, so zu bauen, und wie du das in echt mögen könntest. Okay, okay. Also erst mal, ne, wir sehen hier oben so eine kleine verrottete Bude, denkt man erst mal langweilig. Ist nichts? Ne? Aber ich denke mal, ich bin ja ein Mensch der inneren Werte, ne? Das, 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 das hört sich gut an. Wo? Ah. Boah, ne. Ja, geht wieder. Das ist ein schlechtes Zeichen, glaub ich. Oh, Janus. Also, pass auf. Guck mal. Du musst dir vorstellen, ich steh jetzt hier, ne? Ja. Und guck hier so rein. Und mein, mein erster Gedanke ist, oh mein Gott, sieht das geil aus. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Dann komm ich rein, dann seh ich die Bilder und denk so, nein. Das haben die Leute gesagt, das liebst du. Du liebst dich behängende Bilder an den Wänden. Das wird ganz, ganz laut geschrieben. Oh, was machst du mit mir? Hey, Vandale hier. Das hat stundenlang gedauert, die zu malen. Oh, so viel Arbeit. Okay, es gibt einen Grund, warum ich Bilder nicht mag, ne? Also, gegen ein Bild habe ich nichts gegen der Wand. Aber wenn du das hier machst, ne, das, dann ist das quasi eine Einladung. Hey, da ist was dahinter. Passierst du? Ja, guck doch mal auf der anderen Seite. Oh, da ist ja auch was dahinter. Siehst du, genau deshalb mache ich immer Bilder kaputt. Und deshalb mag ich diese Wände nicht, weil diese Wände verleiten dazu, es gibt eine ganz unangenehme Story da im Kunstmuseum Münster, Polizei. Und da wollen wir nicht reden, okay? Okay, da wollen wir nicht drüber reden, was du da angestellt hast hinter dem Bild. Oha. Okay, das ist mein Schlafzimmer. Du hast sogar Mülleimer im Schlafzimmer. Es ist eine, oha, die Nervensägeglock, sehr nice. Ja, das ist dein Redstone-Labortisch. Also, es sollte so ein bisschen vom Stil her an so ein Redstone-Labor erinnern. Und deswegen steht ja auch überall Redstone in den Schränken drin, so Bauteile. Die Detailarbeit ist hervorragend, Janus. Boah. Aber ich bin noch nichts anderes von dir gewöhnt, ne? Ja, wollte ich sagen. Das Wichtigste ist, wir haben ein Geschenk für dich vorbereitet. Und zwar ... Was? ... ist das hier dieses Buch. Das musst du vorlesen, ja. Okay, ich lese das Buch vor. Ja. Oh nein. Okay. Ich versuch's, ich versuch's, okay? Ja, ja, ja. Schnell hintereinander, dann geht das einfacher. Ja, okay. Der dicke Wälzer der flachen Witze. Bei IOSA 100. Was steht auf dem Grabstein eines Mathematikers? Damit hat er nicht gerechnet. Seite 3. Was macht ein Creeper an einem warmen Sonnertag? Er geht den Rasen sprengen. Fragt die Mutter. Anton, wie findest du, dass ich dir eine schlechte Mutter bin? Sagt der Sohn. Ich heiße Paul. Was haben Flugzeuge und Hosen gemeinsam? Im Notfall müssen beide runter. Was steht auf dem Grabstein einer alten Putzfrau? Sie kehrte nicht zurück. Was? Wie ein Altheim. Oh, mein Gott. Ja, los. Weiter. Was? Da ist ein Rechtschafffehler drin. Was wir im Altenheim an Weihnachten gespielt. Last Christmas. Oh, mein Gott. Ich bin so dick. Eine Erscherung ist... Oh, mein Gott. Okay. Kontinence. Ich bin so dick. Eine Erscherung ist meine letzte Hoffnung auf einen heißen Körper. Was machen Mathematiker im Garten? Wurzel ziehen. Wollte Spider-Man anrufen, hatte aber kein Netz. Chuck Norris kann ein Barad-Dur... Ah, Chuck Nor... Man muss ja auch ein bisschen selbstironisch sein. Das ist aber ein Selbstschuss. Den versteht nicht jeder, Leute. Oh. Nein! Nein! Er hat's nicht vorgelesen. Er hat's nicht vorgelesen. Dass du mich nochmal rigrollst, hätte ich nicht erwartet. Junge, das... Oh, Gott. Nein, ich hab gedacht, du liest es laut vor. Okay. Hätten wir die... Hätten wir zusammen... Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run a road and desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you. Oh, Mann. Hätten wir das zusammengebaut, hättest du hier drunter auch unter Seite 12, wenn man die aufgeklappt hätte, die Jingle dazu gespielt. Ja, ich bin enttäuscht. Eins von fünf Sternen. Ja, eins von fünf Sternen. Gut. Also, wie gefällt ihr ihr neues Heim? Hammer. Also, vor allem gleich die Überraschung, dass du hier so wirklich diesen Redstone-Keller eingebaut hast. Ach, oh, das Wichtigste. Das hast du nicht gesehen. Du hast hier eine Kaffeebar. Jo, okay, okay. Sechs von fünf Sternen. Ich... Gönn mir jetzt guten Kaffee. Gönn dir Krokusbohnen. Sehr gut. Geil. Ja, super Ding. Ist der Josef perfekt vorbereitet. Dann danke, dass du vorbeigeschaut hast. Ich denke mal, wir sehen und hören uns hier bestimmt nochmal. Und danke fürs Vorbeischauen. Ich kann gleich mal mich hier in mein wunderschönes, verstecktes Bett legen, was wird auch niemand finden, weil keiner wird auf die Idee kommen, dass hinter den Bildern ein Geheimgang ist. Ganz sicher. Und schon bin ich glücklich. Janus, alles Gute. Danke für die Einladung. Bitte, bitte. Mega cool, dass der Josef vorbeigeschaut hat. Richtig, richtig lieb. Ich hoffe, dass wir in Craft Attack 10 vielleicht was zusammen machen. Jetzt soll es aber zum eigentlichen Teil der Folge gehen. Und zwar würde ich gerne auch hier mit meiner Starterbase weitermachen. Ihr seht sie da hinten. Der Kroko war schon super fleißig. Hat seine richtig cool renoviert. Das haben wir uns beim letzten Mal angeschaut. Der Spawnpunkt ist sowieso genial geworden. Er hat jetzt auch einen Weg hier vorne zum Lars gemacht. Und da möchte ich weitermachen. Ich würde jetzt einen Weg bauen, der hier vorne abzweigt. Hier rüber führt quasi. Ich glaube, wir haben auch alles auf dem Landweg. Und zu meiner Starterbase führt. Die ist ja ganz gut geworden. Aber wirklich zwergisch oder schlumpfisch. Das waren die beiden Wünsche, die ihr in die Kommentare geschrieben habt. Ist sinnlich. Ich werde es umbauen. Wie genau, verrate ich euch gleich. Wir bauen jetzt aber erstmal einen Weg von da hinten nach hier vorne. Fertig ist der Weg. Und ich habe ihn genauso und kreativ gebaut wie der Kroko. So, man kann jetzt hier ganz gut erkennen, wo es hingeht. Man geht einmal hier rüber, einmal hier rum. Und kommt dann bei meiner Starterbase an. Was ich jetzt noch hinzugefügt habe. Ich hoffe, das ist okay. Dass hier der Calimero mit am Start ist. Das Unzeichen hat er irgendwie nicht genommen. Das müssen wir nochmal kurz hier mit der leeren Offend einfügen. Und, ja, das klappt ja auch hier sehr gut alles. Starterbase, das ist ja schon ein Calimero. Das geht dann hier in diese Richtung. Und ich würde hier irgendwo hinten. Ich glaube, der Calimero hat da hinten irgendwo in die Richtung gewohnt. Gleich nochmal eine Abzweigung ein. Wo dann sozusagen der Calimero seinen Weg hier zum Beispiel in diese Richtung mit anschließen kann. Der Plan für die Starterbase ist ein ganz einfacher. Zwei Wünsche habt ihr geschrieben. Entweder ich soll das Ganze im Schlumpfstil bauen oder im zwergischen Stil. Ich werde mich für den zwergischen Stil entscheiden. Weil das auch das Thema sozusagen der Mystery Season ist. Das mit den Schlümpfen ist jetzt so ein kleiner Ausflug, sag ich mal, zur Abwechslung. Aber ich möchte das Ganze zwergisch bauen. Die Basis hat mir meiner Meinung nach für eine Starterbase auf jeden Fall richtig gut gefallen. Aber, hm, zwergisch, sag ich mal, ist ein bisschen anders. Das heißt, genießt jetzt erstmal den Blick. Ich werde das abreißen. Und dann werde ich sehr stark in diese Bergbaurichtung gehen. Ich weiß nicht, ich warte schon mal im Ruhrgebiet. Könnt ihr mal schreiben. Ich werde hingehen und eine Art Förderturm bauen. Das sind diese, ja, dreieckig zulaufenden Türme mit vier Beinen. Wo in der Mitte dann letzten Endes die, ja, Lohren hochgezogen wurden. Beziehungsweise mit den Seilen die Aufzüge mit den verschiedenen Fördergütern. Äh, Kohle oder was auch immer da abgebaut wurde. All das möchte ich hier bauen. Also so ein Förderturm, der spitz zugeht. Dazu muss ich das abreißen. Und in den Förderturmen möchte ich oder am Förderturm so ein kleines Häuschen bauen. Wo ich dann sozusagen meine Starterbase habe. Passt halt meiner Meinung nach alles sehr, sehr cool zu den Zwergen. Und ich würde sagen, los geht's mit dem Abriss. Damit der Förderturm auch was fördern kann, muss es jetzt erstmal explosiv weitergehen. Ich habe beim Kroko geshoppt und ein wenig TNT geholt. Und ich muss hier jetzt sozusagen einen Minenschacht machen. Ich finde die Idee, wie gesagt, ganz cool. Da geht's so ein bisschen runter ins Reich der Zwerge. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier zu viel kaputt geht. Aber ich mache jetzt mal die Minecraft-Methode. Ja, was machst du denn hier? Äh, die man eigentlich nicht machen sollte. Und zwar werde ich mich jetzt hier gerade nach unten graben. Und ja, immer mit einem Block Abstand. Oder, ah, ich habe eine andere Idee. Wir machen, ich grabe den Gang nach unten. Und dann machen wir was, was ihr gleich sehen werdet. Es wird doch die klassische Methode. Ich habe einen kleinen Denkfehler gemacht. Wieder war es egal. Ich habe jetzt TNT, zwei Blöcke TNT gesetzt. Und, äh, ich gehe mal lieber ein Stückchen zurück. Und guck mal, was passiert. Es ist genau nichts passiert. Hä? Reicht die Sprengkraft nicht aus? Um das nächste TNT zu zünden? Das sieht nicht so aus. Okay. Ihr seht, ich bin kein Sprengprofi. Da hätte ich mir nochmal den Sprengmeister holen müssen. Aber selbst, selbst bei Stein ist das scheinbar nicht der Fall. Okay. Doof, doof, doof von mir, würde ich mal dazu sagen. Da die erste Methode nicht wirklich was gebracht hat, lasse ich jetzt die klassische TNT-Fallmethode hier probieren. Ich gehe einfach hin und schmeiße jetzt von hier oben TNT runter. Der Plan ist eigentlich, dass wir da so einen relativ natürlich gesprengten Minenschacht bekommen, der so, ja, nicht ganz so aussieht, als hätte ich hier einfach ein Loch reingegraben. Ich bin gespannt, wie gut und ob das Ganze klappt. Jetzt geht es aber für mich erstmal hier mit TNT nach unten. Bei der Sprengung ist einiges schief gelaufen. Ich habe mich hier oben irgendwie quasi selbst in die Luft gesprengt. Ganz so schlimm ist es nicht. Ich werde hingehen. Jetzt werde ich hier noch beschossen von da unten. Mann, 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 vom Publikum. Und hier jetzt mit dem Stein alles auskleiden, damit das hier oben auch so ein bisschen steiniger aussieht, wie das vielleicht bei einer echten Mine auch der Fall gewesen wäre. Ich denke aber, dass der Blick nach unten schon mal gut ist. Ich kann mir vorstellen, nochmal ein wenig TNT zu holen, das hier unten mit reinzusetzen und irgendwann mal bis nach ganz unten zu treiben. Für den Versuch jetzt lasse ich das aber erstmal so. Und ich denke, die Größe ist durchaus realistisch, dass man hier mit so einem Fahrstuhl rauf- und runterfahren kann. Fertig ist der Fallschacht nach unten, beziehungsweise der Minenschacht, wonach man hier mit dem Fahrstuhl nach unten gelassen werden soll. Ich habe jetzt überall das hier versucht, noch so ein bisschen abzuflachen, damit es ein bisschen interessanter ausschaut. Mir Erze reingesetzt, so kleine Holzbalken zur Stütze. Die Mitte muss, wie gesagt, frei bleiben, damit hier nachher dieser, ja, Fahrstuhl nach unten gehen kann. Und damit das so aussieht, als wenn es ewig nach unten geht, habe ich da nochmal schwarzen Beton reingehauen. Macht so einen kleinen Unendlichkeitseffekt. Und ich glaube, für so einen Fallschacht ist es zumal ziemlich, ziemlich cool. Damit sind wir dann auch am Ende der Folge angekommen. Ganz fertig geworden bin ich nicht. Das werde ich in den nächsten Folgen machen. Wenn ihr Ideen habt, wie ich diesen Förderturm bauen soll, schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Ich habe eher an so ein rustikales Design mit Holz gedacht. Wenn ihr andere Ideen habt, wie gesagt, sehr, sehr gerne auch hier in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video ein Like da lasst. Kommentiert das Ganze gerne, das unterstützt mich sehr. Gerne dürft ihr auch den Kanal kostenlos abonnieren. Und ich sage jetzt an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zusehen und bis bald zur nächsten Folge von Minecraft Mystery.